Das ist der gleiche Wettbewerb, ich glaube ich muss bis zum Erste, bis zum 1, bis zum 2. Das ist auch schon immer ein Baby, das ist ganz auf die Vorgabe, das ist schon immer ein Baby, das ist ganz auf die Vorgabe. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Was ist das? Okay. Also jetzt wieder runter. Mir gefällt es jetzt auch nur wie groß der Kopf ist von hier aus. Oh. Auf Wiedersehen! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das ist ein 7.6. Rundfunk das ist gut, dass er kommt der Wurzelt der Wurzelt ja, das ist gut es gab jedenfalls total Wachstum Wachstum Oh, ich sehe das. 500 50 50 p nur 4 100 seine Schiff! Was ist das? Wissen Sie sagen, Sie texten? Es geht um. Also du fliegst, wenn man führst, dann führst du sie jetzt nicht ein, aber sie ist relativ schnell, aber ich bin jetzt echt nicht gewohnt, wie schnell man die anzieht, wie schwerer als ich. Aber meine Pro-Speed ist 75 kmh. Ja, das ist auch Clarence. Ich führ's gleich mit 60 kmh. Ich führ's gleich mit 80 kmh. Das heißt, das ist der Preis. Das ist ein Schiff. Das ist ein weißes Ding. Ja. Ja Ja, das ist ja noch ein paar Thanks, Peter Ich hätte das Ding ausgedrückt, wenn wir da nur mehr ein Zwitter gehen. Ja, ich sitze eben vor. Dadurch, dass ich eigentlich aktiv fliege, habe ich mich nicht. Das ist toll. Das ist einfach ein Problem. Das ist unendlich. Das ist einfach ein Problem. Der ist einfach ein Problem, ich glaube es nicht. Leere Knie, die alle hohen. Das ist ein Problem. Das ist einfach ein Mensch. Das ist einfach ein Mensch. Lass mich auf die equatorien. Dann nehmen Sie den Steuer. Der Autor ist schnell zu schnell. Der Autor ist schnell zu schnell. Die Autor ist schnell zu schnell. Zeige sich schon. Das ist nicht nur ein Zug. E-Rodrig Dann geht die aus. Wann gehen die aus? Malfon, oder Malfon?